Ich habe so hart einen Schluck auf, ne? Wisst ihr Leute, mein Tag hat eigentlich ganz gechillt begonnen. Pikachu, ich rette dich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und dann fällt mir ein, ja, scheiße, ich habe ja heute noch einen Zahnarzttermin. Boah, ich hasse Zahnarzt so heftig, Leute, ne? Ich meine, die fummeln dir dann mit irgend so einem Zeug im Mund rum, keine Ahnung, sagen dir dann, wie schlecht du doch putzt. Auf jeden Fall war ich dann heute beim Zahnarzt. Der hat mir natürlich mal wieder gesagt, dass ich nicht so gut putze. Ach, weißt du was? Hier. Hier. Dann hat mich meine Mutter nach Hause gefahren und ich rufe so einen Freund an und frage den so, ja, sollen wir auf den Sportplatz? Dann hat er mich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass wir ja hier in Deutschland sind. Und ja, Leute, wie ihr das Wetter in Deutschland bestimmt schon kennt, ist es... Naja, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also konnte ich dann heute auch nicht auf den Sportplatz gehen und jetzt ist es einfach Sonnenschein. Der Himmel ist nicht klar, aber scheint die Sonne ist relativ warm draußen. Ja, aber jetzt haben wir einfach schon 17.50 Uhr und ich habe keinen Bock mehr jetzt noch auf den Sportplatz zu fahren. Ey, und noch eine gute Nachricht. Ich bin nicht mehr Fortnite-süchtig. Ach, übrigens, Leute, ich habe mal eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn ich bald mal ein paar mehr Vlogs bringe? Ein erfolgreichstes Video mit über 1000 Aufrufen jetzt mit. War auch ein Vlog. Und deswegen packe ich euch jetzt nochmal eine kleine Abstimmung oben rechts rein, ob ich Vlogs bringen soll oder nicht. Da könnt ihr gerne abstimmen und dann werde ich das auf euch anpassen. Es sind ja jetzt auch Osterferien und da werde ich jetzt auch mehr erleben als jetzt zum Beispiel so in der Woche, wo ich euch dann zum Beispiel einfach mal mitnehmen könnte und dann kann ich euch halt so zeigen, was in meinem Leben so passiert. Ja, und das fände ich dann auch mal so als Abwechslung ganz cool. Nicht nur immer so Gaming, sondern auch so ein paar Vlogs und dann seht ihr so halt so, was in meinem Leben so abgeht. Schaffen wir 10 Likes?